Moin moin Leute, ich bin Linkoffersbrain ohne iPhone und Yannick und begrüße gerade dich zurück zu einem neuen Indie-Horror-Game. Freunde, das Letzte ist bei euch angekommen. Ja! Ja? Freunde, nachdem gestern, vorgestern, vor zwei Tagen, vor, ich weiß, äh... Dr. Disrespect ist zurückgekehrt. Und ich dachte mir, wenn Dr. Disrespect zurückkehrt, und wir erinnern uns alle an diesen schönen Clip, wo er einfach in diesen Toilettenraum reingekommen ist. Ja, genau der. Wie wär's, wenn wir nicht ein Spiel spielen und es geht irgendwie um irgendwelche Klos oder so? Ich weiß, ich weiß, ich brauchte irgendwie einen Aufhänger, dann hab ich den gesehen und ich dachte mir, es wär der easiest guess, jetzt kann ich vielleicht irgendwas mit Dr. Disrespect im Titel schreiben. Ich hab keine Ahnung. There are ghosts in the stalls. Also, es sind Geister in diesen Klo-Kabinen. What do I... I know. Ich glaub, ich werde nie wieder alleine auf Toilette gehen. Vielleicht ist das der Grund, warum Frauen immer zu zweit auf Toilette gehen. Weil Geister im Clip... Hold L... Jetzt auf der Toilette. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich Links-Klick gedrückt halte. What do I... Okay. Oh. Oh, die Steuerung ist ganz langsam. Hört ihr das? Bin ich grad den Schnee am schieben? Das ist die Maus-Sensitiv... Die ganz schlecht ist. Okay. Warum tue ich das überhaupt? Hat da jemand... War da ein Popo? Das hab ich gefunden. Muss ich die... Muss ich die Symbole suchen? Wahrscheinlich. Hello? Da ist noch was. Ich hab was gefunden. Kommt da auch rein. Zack. Okay? Ah! Da war jemand. Moin. Grüße. Da ist noch was. Hey, hey, hey. Schon gefunden. Alles gut. Everything's fine. Everything's... Fine. Ich werde mich nicht erschrecken. Ist vollkommen normal. Wir sind gerade auf dem Klo. Und gucken uns hier um. Wie man das immer tut auf Toilette. Saßt ihr schon mal so auf Toilette und habt euch umgeguckt? Ich auch nicht. Weil... Who the fuck would do this shit? What's wrong with you? Das ist das letzte. Aber ich hab ein bisschen Angst, was passiert, wenn wir es einsetzen. So. Kreuzworträtsel ist gelöst. Und jetzt? Oh, ich hab so Angst, dass jetzt gleich einfach so ein richtig lautes Geräusch kommt, ne? Hello? Zwei davon sind irgendwie unterstrichen. Die anderen nicht. I don't know why. Hi. Manchmal springt die Maus so einmal ganz schnell nach oben. Das ist ein kurzer Anxiety. I don't know. Help. Please. Au. Wo soll ich das denn noch? Au. Kein Wunder, dass Dr. Disrespect einen Bann bekommen hat dafür. Stellt euch vor, ihr seid entspannt am Strullen. Und guckt überall durch die ganzen Ställe so durch. Um irgendwie nebenbei Stadt, Land, Fluss zu spielen. Und auf einmal steht er daneben euch und macht. That's a nice little pecker you have there. Thank you for playing. Was hab ich hier gerade gesehen? Escape to quit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das Spiel schließen möchte. Ich weiß nicht, ob ich zurückkehren kann zu diesem normalen Leben, nachdem ich das gesehen hab. Ich habe Angst. Ich sag's, wie es ist. Ich, ähm... Wie lange schafft man es wohl nicht auf Toilette gehen zu müssen? Ich möchte nicht mehr. Ich, ich möchte das jetzt... Ich, ich... Ich setz die, die Toilette jetzt ab. Gibt jetzt keine Toiletten mehr. Nee. Keine Toiletten mehr für mich. Ich bin raus. That's a nice little pecker. Häääh!